Ja, meine Freunde, es gibt ja wieder einige Gerüchte rund unserem FC Augsburg. Gerade aktuell kam zum Beispiel Paul Seguin von Union Berlin rein, dass er bei uns auch im Gespräch ist oder ein Thema sein könnte. Wollen natürlich auch den Vergleich zu Ron Schallenberg machen, der ja auch immer öfters fällt. Es wurden ja auch Namen wie Sugawara, falls ihr euch noch erinnert. Der war ja auch lange bei uns ein Thema genannt. Ein sehr spannender rechter Verteidiger, Schienenspieler in Perfektion. Und auch der Kräuper wurde zum Beispiel von Kickoff hier genannt. Ein spannendes LV-Talent. Wir wollen über alle heute sprechen, Leute. Natürlich auch mit Bezug auf die FCA-Aufstellung eine bisschen Kaderplanungsfolge machen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich wünsche euch viel Spaß. Denkt an den Daumen hoch, wenn ihr Lust habt und mich hier weiter unterstützen wollt. Absolut grandios, was in den letzten Videos so passiert. Wirklich mega. Und ja, wir starten einfach mal direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß. So, fangen wir doch an mit Paul Seguin und Ron Schallenberg. Seguin ist gerade wirklich frisch reingekommen. Das ist wirklich auch ein aktuelles Gerücht. Nicht nur irgendwie von jemandem getroppt oder so. Ja, Paul Seguin hat halt aufgrund von Spielpraxis um Transfer gebeten. Also er möchte Union Berlin verlassen. Hat dort auf der Position auch wirklich harte Konkurrenz. Laiduni, Rani Khedira, um einfach mal nur zwei Namen zu nennen. Ja, Seguin hatte 23 Spiele. Siebenmal ist er gestartet. Ein Tor, drei Assists. Ist 28 Jahre, 1,85 Meter. 1,21 Uhr Länderspiel. Marktwert 3 Millionen. Vertrag bis 2025. Sprich, es wäre ablösefällig, wenn man Seguin nach Augsburg holen will. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit, ja, doch auch spielerischen Qualitäten und mit 28 auch definitiv Bundesliga-Erfahrung. Falls sich noch Leute von euch erinnern, er war ja damals auch bei Kreuter Fürth, wo sie aufgestiegen sind, hat dort auch eine sehr gute erste Saison gespielt. Danach ist er nach Fürth-Abstieg zu Union gewechselt. Dort mehr ein Rollenspieler, Rotationsspieler gewesen. Das ist ein offizielles Gerücht. Hier ist scheinbar auch Bochum und Mainz interessiert. Er würde einiges reinbringen. Eines, was uns vielleicht jetzt ein bisschen abgeht. Die Erfahrung, die sich auch viele wünschen. Mit 28 Jahren schon wirklich gestandener Bundesliga-Spieler, auch wirklich nicht aus der zweiten Liga, sondern aus der ersten Liga. Zumindest, ja, ist er halt ein Spieler, der das Ganze kennt. Wir holen halt doch viele jetzt Talente aus zweiten Ligen etc. Und ist ja auch alles schön und gut. Aber wir müssen auch eine gewisse Altersstruktur haben. Seguin ist jetzt hier nur mal ein Gerücht. Und ich habe hier mal gegenüber Ron Schallenberg gestellt. Und Tim Breithaupt wollen wir ja auch nochmal als Vergleich ziehen. Hier wird scheinbar auf jeden Fall noch was passieren im Mittelfeld. Man hat schon hier auch ein Problem erkannt. Man braucht einen, der ein bisschen diese Mannschaft mit Ball vor allem führt und leitet. Das haben unsere Jungs dieses Jahr im Mittelfeld einfach nicht hinbekommen. Niklas Dorsch könnte das in meinen Augen auch hinbekommen. Muss aber halt erstmal reinger fit bleiben. Und vielleicht muss man neben ihm auch einen Mann stellen, der den Ball mit einer gewissen Erfahrung auch führt und für die Mannschaft auch hinten abholt. Ein bisschen einfach das Spiel an sich reißt. Es wird kein Dani Bayer werden. Dani Bayer war ein sehr spezieller Spieler. Das war einfach ein Goldstück für uns. Aber es muss einfach jemanden geben, der zumindest ein bisschen ein Gefühl für das Spiel hat neben Dorschi. In meinen Augen. Ron Scheinberg ist ein Paderborner Urgestein. Ist hier auch immer wieder im Gespräch. Hat jetzt auch Kickoff in seinem Video wieder erwähnt. Die Spiele habe ich auch von seinem Video hier teilweise. Und Scheinberg war aber auch schon mal ein Thema im Winter mit Breithaupt, falls ihr euch noch erinnert. Er ist ein Führungsspieler. Er ist dort Kapitän mit 24. Auch jemand, der uns eine gewisse in dieser jungen Mannschaft Führungsqualität geben könnte. In dieser wichtigen Achse ist daher auch für viele von euch sehr interessant und wird bevorzugt zu Tim Breithaupt. Das habe ich jetzt schon auch öfters gehört. Lieber ein Scheinberg als ein Breithaupt, weil er Führungsqualitäten hat. Man muss dazu sagen, dir wird es nicht ganz leicht loszureisen. Paderborner Urgestein hat auch noch Vertrag bis 2024. Man muss dazu sagen, will Paderborn mit ihm Transfererlöse erzielen. Ist das der letzte Moment, letzte Sommerfenster, wo sie auch Erlöse erzielen können. Daher ist das ganz interessant. Markwert 2,5 Millionen, 1,85, hat dieses Jahr in 33 Zweitligaspielen 2 Tore, 8 Assists. Also 8 Assists auch wirklich ordentlich. Hat also auch diese Fähigkeit nach vorne, die Assists zu geben. Und ist auch für sein Alter, ist schon mal einfach vom Charakter her ein Führungsspieler. Hat sich da in Paderborn richtig festgespielt. War ja auch an den SC Werl mal verliehen. Ansonsten durchgehend die Jugend von Paderborn mitgemacht. Also sehr, wenn man ihn haben will, muss man schon richtig Gas geben. Er ist nun mal ein Urgestein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ihn reizt, Bundesliga zu spielen. Auch Schalke wurde mal von Transfermarkt.de mit Schallenberg übrigens gelingen. Nur mal so nebenbei. Tim Breithaupt, den habe ich jetzt mal hier nicht eingeblendet. Dazu habe ich schon genug gesagt. Ist wohl vom Talent her das größte Talent hier von diesen dreien. Seguin ist schon ein gestandener Profi. Schallenberg ist mit 24 auch noch in einem jungen Alter. Aber Breithaupt wird vorausgesagt, dass der echt ein Riesenkicker werden kann. War aber jetzt eben lange auch verletzt. Und man spekuliert hier scheinbar ein bisschen, dass der Marktwert runtergeht. Dass man die Ablösesumme ein bisschen runterziehen kann. Weil aktuell werden ja 4 Millionen gehandelt. Das scheint uns zu viel zu sein. Ja, wer ist euer Favorit, Leute? Seguin, der jetzt wirklich aktuell offiziell gehandelt wird. Schallenberg ist was schon Inoffizielles. Man weiß, dass wir eigentlich an ihm auch etwas Interesse haben. Also um Breithaupt ist eh klar. Also diese drei Namen sind alle wirklich gelinkt mit uns. Wer wäre denn so euer Favorit jetzt, was die 6er Position angeht? Wen würdet ihr denn am liebsten holen? Schreibt es mir mal unbedingt in die Kommentare. Fakt ist, Breithaupt ist halt sehr jung. Dafür echt ein Riesentalent. Das steht nun mal in seinen Vita. Alle sagen, die über ihn sprechen. Das kann. Das ist ein absoluter Bundesligaspieler. Der wird noch ein Riesenkicker. Das möchte ich noch nebenbei erwähnen. Seguin, ein gestandener Spieler, der sicher mit seiner Erfahrung uns gut tun könnte. Ist auch vor allem, was so Ballkontrolle angeht, der stärkste Spieler wohl von den dreien. Ist auch mehr ein ZM als ein DM. Breithaupt und Schallenberg sehe ich mehr als defensive Mittelfeldspieler, die defensiv orientiert vor der Abwehr abräumen. Seguin sehe ich schon auch. Er mit Skillset, Ballkontrolle, ordentliches Dribbling. Kann auch nach vorne dir ein bisschen was geben. Schon ein anderes Profil. Auch Seguin ist jetzt kein Überspieler, aber könnte er uns helfen. So als Puzzleteil eventuell ja. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Aber wie gesagt, auch für die Seguin wird ablösefällig. Er hat hier einen Marktwert von 3 Millionen bei Restvertrag 2,25. Möchte aber gehen, hat das Union Berlin hinterlegt. Also enorm spannend alles, hier zu spekulieren. Ich werde auch später euch das alles so in der Aufstellung zeigen. Ich möchte euch aber jetzt mal alle nochmal hier vorstellen, die gelingt wurden. Sugawara. Ja, die Altgesonnenen, die meinen Kanal ja schon das ganze Jahr verfolgen. Sugawara war ein Spieler, den ich persönlich ja auch damals vorgestellt habe für die Rechtsverteidigerposition noch im Sommer. Weil wir haben ja schon vor der Saison alle gesagt, wir brauchen unbedingt einen Rechtsverteidiger. Und Sugawara war von mir ein Vorschlag. Da hatte er noch einen Marktwert von um die 3 Millionen. Dieser ist jetzt auch angestiegen, weil er eine überragende Saison gespielt hat. Auf 6 Millionen, Vertrag bis 2,25. Kickoff hat in seinem Video ihn vorgestellt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir Dreierkette spielen, wäre Yukinari Sugawara eine absolute Granate. Und ich bin ja der Meinung, dass wir gerade auf der Rechtsverteidigerposition absolute Granate holen müssen. Und im Notfall auch wirklich Geld reinlegen müssen. Hier braucht es einen Qualitätsspieler und kein Risiko mehr. Wir brauchen einen, der rechts uns Tore gibt, Assists gibt, Dampf nach vorne macht und das schon auf einem hohen Niveau. Wirklich, hier müssen wir auch Risiko geben. Wenn wir Pepi verkaufen oder vielleicht einen Berisha, das sehen wir später in der Aufstellung, wäre diese Rechtsverteidigerposition eine Position, wo wir auch wirklich Geld notfalls in die Hand nehmen müssen. Hier muss ein Spieler her, der es nachgewiesen hat, dass er es kann. Wenn man auch vor allem Dreierkette spielt, braucht es hier einen richtigen Schienenspieler. Sugawara ist so einer. Ich möchte euch nur mal diese Saison von ihm sagen. Er hat in 31 Ligaspielen in der Eredivisie, Arcel Alkmaar wurde Vierter, in 31 Ligaspielen drei Tore, acht Assists als Rechtsaußen-Schienenspieler. Das sind elf Scorerpunkte in 31 Spielen. Das ist super, das ist herausragend. Das ist ein Spieler, der dir rauf und runter rennt, wie verrückt. Frühe Flanken, also sehr schöne Flanken, tritt da teilweise auch die Freistöße aus dem Halbfeld von der rechten Seite. Kann sehr weit einwerfen, den Ball. Fleißiges Arbeitsziel und vor allem technisch stark. Das ist ja, was uns auch viel abgeht. Den kannst du immer den Ball geben. Der findet auch Lösungen im Eins-gegen-Eins. Es braucht so einen Spieler. Wir brauchen Qualität auf rechts. Da kommen wir nicht drum rum. Natürlich ist ein Sugawara sehr schwierig zu verpflichten und vielleicht sogar ein Ticken unrealistisch, werden viele sagen. Ja, aber Leute, wir werden so eine Art Spieler brauchen. Er stand jetzt auch im Conference League-Halbfinale. Arcel Alkmaar ist gegen West Ham ausgeschieden. Es wird so ein Spielerprofil brauchen. Wenn Sugawara nicht wird, müssen wir da weiter sehr gut scouten. Ich fand es, wie gesagt, von mir war das schon ein Vorschlag. Mittlerweile hat er den Marktwert natürlich erhöht. Wir haben nichts gemacht im Winter, im letzten Sommer. Der ist natürlich jetzt mehr wert. Er hat auch in der Conference League ein Tor in Assist gemacht. Drei A-Länder-Spiele für Japan und es ist auch erst 22 Jahre. Das ist in meinen Augen, wenn man den irgendwie kriegen kann, möchte man so einen Spieler, musste man ihm natürlich auch eine gewisse Perspektive auch zeigen, dass es für den FCA Richtung höhere Tabellenregionen jetzt wirklich mal geht. Hier auf Minimum so Richtung Top Ten mal attackiert. Weil sonst wird so ein Spieler schwierig zu haben sein. Der will ja auch international dann eher spielen. Daher sehe ich diesen Transfer als sehr schwierig. Nicht unmöglich, aber als enorm schwierig. Die Bundesliga ist immer noch ein geiler Schritt für einen Eredivisie-Spieler. Ich weiß aber nicht, welche Namen jetzt mit ihm alle schon gelingt werden. Ja, er wäre der ideale rechte Verteidiger vom Spielerprofil her. Wäre es genau das, was wir brauchen, weil er einfach auf Fußball spielen kann. Ich halte es, aber bei aller Liebe, Kickhoff hat ihn jetzt auch vorgeschlagen, jetzt für enorm schwierig ihn zu holen. Wir sind hier vielleicht einen Ticken wieder zu spät. Im letzten Sommer habe ich es noch für realistischer gehalten. Aber sagt niemals nie, man hat schon einige junge Spieler jetzt ja hier überzeugen können, sehe Bellio, wo man vielleicht gedacht hat, so einen Spieler kriegen wir niemals, wenn auch Gladbach dran ist. Nur als Beispiel. Aber so ein Spieler braucht es, Leute. Wir brauchen Qualität auf rechts. Und dann wurde noch der Kräuper, der Kräuper, sorry, falls ich ausspreche, hier empfohlen. Diesen Spieler, bin ich ganz ehrlich, hatte ich 0,0 auf dem Schirm. Habe mir jetzt die Tage ein bisschen was von ihm angeguckt. FC Brügge-Spieler. Arne Engels haben wir davon. Connections werden da sein. Der war verliehen nach Westerloh und hat dort eine überragende Saison gespielt. Westerloh war im oberen Tabellenmittelfeld in der belgischen Liga. Er hat wirklich als linker Außen-, also Schienenspieler, in 33 Spielen 8 Tore und 6 Assists gemacht. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. 22 Jahre, 1,82 Meter, 4 U21 Länderspiele für Belgien. Marktwert jetzt schon beim 4,5 Millionen Vertrag, ebenfalls bis 2025. Wieder von Kickoff hier vorgeschlagen. Ich weiß sogar, Ware haben wir ja schon länger im Schirm. Aber das ist wirklich einer, den habe ich jetzt auch in dem Video gesehen. Geiler Spieler. Er hat vor allem auch geile Freistöße, Standards. Macht darüber Tore, Halbfeldflanken und ackert dir auch die Linie rauf und runter. Das sind Schienenspieler. Er hat einen sehr guten Konkurrenten. Er kehrt jetzt zur Brücke zurück auf der LV-Position. Der heißt Meier. Hat einen Marktwert von 9 Millionen. Ist ein überragender Spieler dort. Weiß nicht, ob er jetzt so ein Backup-Spieler sein will. Dafür hat er zu viel Talent. Der will ein Starter sein. Kann sein, dass man aufgrund der Arne Engels Transfer da eine gewiss gute Connection mittlerweile hat nach Brügge. Vielleicht kann man hier auch eine Laie mit Kaufoptionen ausmachen. Das wäre richtig heftig. Schwierig. Ich kann nämlich nicht davon sagen, was Brügge jetzt mit ihm plant. Weil die haben jetzt auch keine überragende Saison gespielt für ihre Verhältnisse. Die waren weg von der Meisterschaft. Kann man den jetzt hier holen? Arne Engels muss man sagen, der hat ja in der zweiten Mannschaft bei Brügge gespielt. Sind wir so eine Mannschaft, die wirklich so ein Spieler wie der Kuiper, der jetzt auf jeden Fall zur Brügge zurückkehrt, überzeugen kann nach Augsburg zu kommen? Engels könnte hier vielleicht auch ein Faktor sein, falls man sich bemüht. Ich glaube, er würde sehr positiv über Augsburg sprechen. Wäre definitiv ein Spieler, der uns auf links enorm helfen würde. Ich möchte euch das alles mal in der FCA Aufstellung auch zeigen. Gehen wir jetzt davon aus, dass Enno Maaßen bevorzugt nächstes Jahr die Dreierkette spielen will, brauchen wir einen rechten Verteidiger. Tausend Millionen Prozent. Und vielleicht muss man sogar über einen LV nachdenken, der wirklich auf einem höheren Level das links spielen kann. Ich würde aber Aaron Zehnter da als Backup dann einplanen. Weil Aaron Zehnter eigentlich vom Talent her, oder du leihst Zehnter aus, auch ein LV sein kann. Der ähnliches Profil hat mit seinem Flankenspiel, Halbfeldflanken, sehr offensiv ausgerechnet. Eigentlich ist Zehnter der geborene Dreierkettenverteidiger als linker Schienenspieler. Ihn sollte man auf jeden Fall perspektivisch hier planen. Entweder schon nächstes Jahr als LV-Backup dort. Wenn man Dreierkette wirklich plant zu spielen, oder man leitet ihn aus. Und hier könnte man, falls man sich entscheidet, Zehnter ausleihen, Petersen-Backup. Ich scholle ihn da, zweifle ich noch sehr, dass er das Niveau hat, als Schienenspieler Dreierketten zu spielen. Aber ich zeige euch mal, wie das jetzt mal ausgucken würde. Also, wir haben jetzt hier den Kuiper, Sugawara. Das ist vielleicht tatsächlich eine Sache, wieso die Dreierkette bei uns null funktioniert hat. Weil unsere Schienenspieler einfach nicht diese Offensivqualität haben, die es für eine Dreierkette auf Bundesliga-Niveau braucht. Du brauchst da einfach Granaten. Das ist einfach Fakt. Nehmen wir mal, Freiburg hat da den Dauerbrenner Günther. Zum Beispiel. Union Berlin hat Trimmel und Juranovic und Roussillon. Alles offensiv denkende Schienenspieler in einem Dreierketten-System. Und das ist einfach, was du brauchst. Das reicht nicht. Ein paar haben auch vor euch gesagt, ja, Engels vielleicht als Schienenspieler auf rechts. Ja, der kann auch viel laufen, hat er nachgewiesen. Aber kann er das wirklich schon wieder? Er ist ein RM. Engels ist ein 4-4-2. Ein RM ist ja auch defensiv so gut, das zu spielen. De Kuiper und Sugawara sind nun mal gelernte Schienenspieler, die es auf einem hohen Niveau spielen könnten. Diese Transfer würden uns wohl um die 15 Millionen wahrscheinlich kosten, würden wir es tun. Man könnte es eventuell mit einem Berisha oder Pipi-Abgang und wer auch immer noch geht, finanzieren. Und ich bin überzeugt, dass uns zwei Schienenspieler von guter Qualität genau auch fehlen in diesem Kader. Man muss sich das einfach jetzt überlegen. Kann man jetzt diese zwei Spieler wirklich auch überzeugen, hierher zu kommen? Das sind nun mal dann auch richtig spannende Qualitätsspieler mit nachgewiesenen Torskills. Die können Tore machen und Vorlagenqualitäten auf einem schon höheren Niveau. Wenn es jetzt nicht die beiden werden, wir dürfen uns hier auch nicht zu sehr verschreifen, weil das schon schwierige Transfer sind, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen, muss aber in diesem Bereich gedacht werden, in meinen Augen. Man muss einen Spieler holen, der es kann. Und man muss auch bereit sein, hier zur Not für einen Rechtenverteidiger mal 8 bis 10 Millionen zu zahlen. Offensiv haben wir mittlerweile schon gut Breite. In der IV sind wir mittlerweile besetzt, im Tor sind wir besetzt. Das sind schon Problemzonen. Gucken wir uns das mit der 6 an. Hat man jetzt hier Seguin. Könnte hier den erfahrenen Partner im Dorschi spielen. Man hat Rex noch, man hat auch Arne Maier noch. Oder halt eben den Schallenberg, der hier vielleicht die Tiefe nimmt, den Ball tief abholt, diesen ruhigen Ballbesitz einleitet oder eben den Breithaupt. Das sieht für mich schon nach richtig Qualität aus, wenn ich diese Startaufstellung jetzt zum Beispiel mir angucke. Absolut top. Was wir uns definitiv auch noch überlegen müssen, ich gehe jetzt mal davon irgendwie aus, dass Berisha wechseln. Falls nicht, ist er natürlich hier auch als Starter vorne im Zentrum. Man muss auch auf den Außen, in meinen Augen, Jeboa muss man auch gucken und bei Kaufoptionen ziehen. Wenn Jeboa geht, noch einen schnellen Flügelspiel auf jeden Fall hohen. Das Sturmzentrum, wenn Berisha geht, müsste man in meinen Augen nichtmals nachlegen. Man hat mit Bellio schon diesen Brecher vorne. Man hat Demirovic eigentlich ja auch einen Mittelstürmer, der irgendwie Positionen auf links gespielt hat. Da will ich ihn gar nicht mehr sehen. Demirovic gehört ins Zentrum. Man hat da einen zweiten Mittelstürmer. Man hat auch noch Cardona im Kader. Hätte auch einen Maurice Melon, wo man noch gucken kann, ob es reicht für die Bundesliga, der zurückkommt nach einer tollen Laie. Also da müsste man nichtmals in meinen Augen was tun, wenn Berisha geht. Man müsste eher gucken. Mboku wird bei uns bleiben. Was passiert mit Basé? Vargas, denke ich, wird auf jeden Fall dieses Jahr noch bleiben. Man sollte auf jeden Fall auf dem Flügel noch so einen Quirligen wie Calvin Jeboa holen oder halt Calvin Jeboa halten. Diese zwei Optionen gibt es. Geht Calvin, brauchen wir einen mit diesen Attributen Tempo, Flügelspiel, ja einfach über die Dynamik. Wenn Jeboa bleibt, wäre es nichtmals zwingend notwendig. Bei Mboku muss man eben gucken, wie er sich entwickelt. Grundsätzlich könnte ich mir aber diese Statik in unserem System schon sehr gut vorstellen, wenn man eine Dreierkette spielt, dass man mit sehr hoch stehenden Schienenspielern Druck macht und dann eben mit einer Dreierspitze spielt, einen zentralen Mittelstürmer und zwei hängen, denn hier wäre für mich aber auch ein Mboku lieber als ein Demirovic hängend als Beispiel. Demirovic könnte auch als Mittelstürmer starten oder Bellio. Man hat ja hier nicht mehr den Druck, falls Berischer geht, werde diese Position auch nichtmals mehr überladen mit einer Spitze. Das sind nur so Gedankengänge, Leute. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Mich würde vor allem jetzt eines interessieren. Wen würdet ihr am liebsten auf der Sechs haben? Ist es ein Seguin? Ist es ein Schallenberg? Ist es ein Breithaupt? Wer ist da euer Favoritstand jetzt? Ich glaube, über Decoyba und Sugawara gibt es keine Diskussion. Solche Spieler hätten wir alle Bock zu haben. Ist es realistisch? Ich weiß es nicht. Dafür bin ich zu weit weg. Aber wir sind uns, glaube ich, alle aller Meinung, dass solche Spielertypen es braucht, wenn du die Dreierkette spielst. Spielst du im 4-4-2, könnte man sich überlegen, nur einen RV zu holen. Aber eigentlich brauchen wir schon wirklich auch Qualität, wenn wir noch weiter nach oben in der Tabelle kommen wollen. Es gab nun mal Probleme. Man hat es gesehen im Spiel mit Ball. Hier muss auch Qualität gekauft werden, in meinen Augen. Und wenn es nicht Sugawara oder ein Kräuper werden, dann muss man sich hier nach anderen Alternativen umschauen. Ja, meine Lieben, schreibt mir mal eure Meinung. Ab heute würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr gerade unter so Kaderplanungsvideos auch mir Spielervorschläge macht. Welche Spieler findet ihr machbar in einem gewissen Rahmen? Es können auch ruhig so Qualitätsspieler sein, es können aber auch Talente sein. Und welche Spieler soll ich mir mal auch für euch angucken und vielleicht in so einem Video packen? Ab heute seid ihr da auch gefragt. RV, LV, Sechser und vielleicht noch Flügelstürmer werden ja so gesucht bei uns. Also wenn ihr dann Namen habt, schreibt es entweder in unserem Discord, in der Abteilung Scouting-Spielervorschläge oder einfach in YouTube in den Kommentaren. Dennis, schau dir mal diesen Spieler bitte an. Würde mich sehr freuen, wenn wir da wieder ein bisschen zusammenarbeiten, weil dieses Format jetzt natürlich bis zum 31. August und bis diese Positionen nicht wirklich besetzt sind, natürlich auch ein Thema auf dem Kanal ist bis zum 31. August dann. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, würde mich extrem freuen. Wie gesagt, einfach nur herrlich, wie ihr jetzt nach der Saison einfach hier so krass hier immer noch die Videos guckt. Da ist gar kein Sommerloch aktuell. Wir haben einfach alle Bock auf FC Augsburg und es ist ja einfach super für unseren Verein, wenn dieser Verein lebt. Wir wollen ja unseren Verein jetzt verbessern für die neue Saison. So ist am Ende in der Rückrunde geendet. Jetzt kann es ja auch nicht weitergehen. Dann sind wir glaube ich alle einer Meinung. In diesem Sinne, euer Dennis und ciao, ciao.